ein herzliches hallo von mir an euch willkommen zur 200 irgendwas und folge dbd ich ich sorry ich habe gerade nicht die genaue zahl im kopf und ich habe den satz angefangen ohne zu wissen wie ich ihn beende und dann kam jetzt das bei raus ok tut mir leid ich müsste es jetzt einfach mal akzeptieren danke so irgendwo ist hier ein totem 1 ist schon weg wir machen wir machen jenny war sie verletzt oder fiel sie einfach um es ist eine huntress mit insta-exten ich habe halt hier noch nichts gehört hier ist runter vom ok mal abwarten was hier passiert was wir hier mit kriegen nächsten säge ich war ganz leise in die säge zuhören weiß nicht ich habe ja das nicht gehört ah ich bin die obsession Er hat keinen Ruin. Führt mir gerade so auf. Gut, dass ich da nicht an den Generator gegangen bin, sonst hätte er wahrscheinlich geguckt. Er hat ja einfach sein Ziel gewechselt. Ich hätte bei der Palette bleiben sollen. Okay, hier ist eine Palette. Oh, toll. Er hat sich verseht. Ich hätte gar nicht ziehen müssen. Ah. Ah. Oh. Ich wollte gerade sagen, er hat so einen schönen Skin an. Oh, Mann. Okay. Kurze Runde heute. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ähm. Ja, ich hänge jetzt aber nicht noch eine Folge dran, weil erfahrungsgemäß geht die dann 20 Minuten. Und dann haben wir so ein elendig langes Video. Deswegen. Ich lasse es bei dieser Runde. Ja. Kurz und schmerzlos. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Und, äh, bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.